ein ganz niedlicher rucksack es steht zwar zwei bis sieben jahre klar ein siebenjähriges kind kann den auch noch tragen aber er ist wirklich klein also meine kleine ist drei ob sie so groß wie vierjährige da passt er gerade noch so aber es passt halt auch nicht viel rein er ist 30 nicht mal 30 zentimeter hoch 28 zentimeter und hat unten eine breite ungefähr von 20 in der mitte ist es ein bisschen mehr 22 und 8 cm 9 cm vielleicht das ganze hier ist dehnbar also eine wasserflasche rein wie gesagt er ist klein und ja da reißverschluss geht ganz gut wie gesagt das hier ist dehnbar da passt was rein für ferne kein extra fach das ist gepolstert hier vorne das fach auch hinten am drücken auch gepolstert und die trägel sind auch gut gepolstert was schön ist das ist hier auch fix das können auch kleine kinder alleine bedienen ich jetzt mit einer hand wahrscheinlich eher weniger aber der knoppe ist einfach zu lieben das ist schön dass das dran ist und somit tut er seinen dienst wie gesagt für kleine kinder für große kinder finde ich ihn einfach von der größe her zu klein und er ist wirklich niedlich gemacht er ist bewusst die nägel sind gut verarbeitet da gibt es nichts zu bemängeln genau wirklich niedlich die details und wie gesagt reißverschlüsse gehen sehr gut man sollte die größe beachten ansonsten eine kaufe empfehlung